Oescoe Cárdenas ist ein deutscher Schauspieler. Leben Oescoe Cárdenas wuchs in Kiel auf. Zwischen 1999 und 2002 absolvierte er das Schauspielstudium an der Volkwang-Hochschule in Essen. Nach Auftritten am Schauspielhaus Bochum und dem Theater an der Ruhr wurde er ab der Spielzeit 2002-2003 festes Mitglied des Ensembles am Schauspiel Frankfurt. Seither war er in zahlreichen klassischen und modernen Rollen zu sehen, arbeitete aber auch im Bereich Dramaturgie. Eine Titelrolle hatte der türkischstämmige Schauspieler in der Spielzeit 2004-2005 in George Taboris Weißmann und Rotgesicht. Im November 2008 hatte mit Türke Sucht das Super Deutschland eine musikalische Reise durch Cárdenas dann ein Theaterabend nach einer Idee und einem Konzept von Cárdenas oder Florian Fiedler am Frankfurter Schauspielpremiere. Seit 2011 spielt er am Münchner Volkstheater. Cárdenas ist ebenfalls als Filmschauspieler tätig und seit 2005 in verschiedenen Filmen der Tatort-Reihe Serien wie Danilo Winski, Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei und Großstadtrevier zu sehen. Theater, 2003, Minna von Barnhelm, 2003, Frühlingserwachen, 2004, die Räuber, 2005, Lucrezia Boccia, 2006, Tod eines Handlungsreisenden, 2007, Hundeherz, 2007, der Volksfeind, 2008, Türke sucht das Super Deutschland, 2008, Sommergäste, 2008, die Fledermaus, 2010, die Räuber, 2009, der Grimm-Code, 2011, einer Flug übers Kuckucksnest, 2012, der Volksfeind, 2012, Verbrecher aus verlorener Irre, 2012, Kollateralschlager, 2013, der Park, 2013, das Weiße Album, Fernsehen, 2005, Tatort, Leerstand, 2008, der Große Turm, 2009, der Tiger oder was Frauen lieben, 2009, Parcours, 2010, Fremdgehen, 2010, Tatort, weil sie böse sind, 2010, Tatort, vergiss mein nicht, 2011, Marco W., 247 Tage im türkischen Gefängnis, 2011, Danilo Winski, Wintermärchen, 2011, Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei, 72 Stunden Angst, 2011, Hanna Mangold und Lucy Palm, 2012, Großstadt Revier, Schein und Sein, 2012, im Brautkleid meiner Schwester, 2012, der Ballermann, ein Wohle auf Mallorca, seit 2013, Nachtschicht, 2013, Tatort, wer das Schweigen bricht, 2014, Lichtjahre, 2014, der Pfarrer und das Mädchen, 2015, fünf Freunde vier, 2015, mein Sohn Helen, 2015, Tatort Borowski und die Rückkehr des stillen Gastes, 2016, Nachtschicht, der letzte Job.